Leute, seid bitte vorsichtig mit den Münzen, die sind 3D und recht schwer. In Ordnung, auch Position bitte. Münzensähne die erste und bitte. Ja Jungs, ein bisschen höher müsst ihr schon kommen, die sind nicht über den Rand geflogen. Die Popo-Wackelzähne. Auf, Position. Diese Szene war überhaupt nicht lustig. Ich sollte auf dieser Säule rumstolzieren und da war gar kein Platz. Schließlich sprechen wir hier von einem 2D-Film und dann auch noch dieses dämliche Krokodil. Das guckte immer so blöde und hat mich nervös gemacht. Münzensähne die zweite und bitte. Tja, das war ja jetzt wohl ein bisschen zu viel. Die Hammerdrehszene und Action. Kein Problem, wir machen es nochmal. Hallo, pennt ihr da an der Kamera? Ist alles in Ordnung? Alles ok? So weit. Und Action. Sauberhaft, lustig. Euch friert ja auch nicht den Arsch fest hier. Bitte. Hey, Vorsicht. Mann, oh, das war knapp. Ich könnte mir vorstellen, was mit Wasser zu machen. Schwimmen. Zum Beispiel. Alter, dir soll die Grütze abdrehen. Ich glaub dir doch nicht den ganzen Tag mit der Biene auf dem Kopf rum. Aber hallo. Was ist los, Junge? Was guckst du? Ja du, geh weiter. Versuch wohl die Gefahr. Aber hallo. Scheisse. Da. Ich glaub dir doch nicht den ganzen Tag mit Wasser. Hallo.